Na dann, wollen wir mal! Fangen wir mit diesem Fetzen hier an! Weg damit! Die Haare auf! Hemm und Würstchen! Ja! Die Augenbrauen gezupft und die Beine rasiert! Der zweite Grund, warum ich mich so anziehe, ist ganz einfach! Ich will in der Modewelt groß durchstarten! Politik interessiert mich nicht! Und jetzt der letzte Feichschliff! Koranoske, bist du etwa immer noch da drin? Unser Onkel ist schon fast weg! Zieh dich doch mal eben um und... Hey! Hey! Hier geblieben! Es tut mir leid, wegen der Tür und so. Also das wär's dann. Alles Glärchen! Da ist ja los in Steirazahn, das halte ich ja gar nicht aus! Nein! Nein! Ich will doch gar nicht so aussehen! Wenn mich die anderen in dem Aufzug sehen, brandmarken sie mich als Verräter und zelebrieren meine rituelle Demütigung direkt im Yaoi-Make-up von Niki-Bokuro! Ah! Oh! Ja? Kuranoske, kannst du mal eben rüberkommen? Meine Klamotten und mein Make-up gehen echt gar nicht! Ah, nee, lass mal. Heute nicht! Was? Kann sein, dass ihr mir einfach nicht mehr genug seid, verstehst du? Hä? Nun ja, ich habe herausgefunden, dass es noch mehr Spaß macht, den Diamanten zu schleifen, wenn er noch roh ist. Und damit, Mutter, ist es an der Zeit, mein Können auf die Probe zu stellen. Ich wette, sogar die ollen Schreckschrauben aus Otakuhausen wollen gerne hübsch aussehen, wenn sie ehrlich sind. Schließlich sind sie alle geborene Prinzessinnen. Ich habe mich geirrt, Mutter. Er ist auf keinen Fall eine Prinzessin. Er ist ein böses Magiermädchen mit falschen Brüsten. Warum tut er gerade mir sowas an? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, tut er das nur, um mich zu ärgern. Gott, es ist niemand zu sehen. Was ist denn nun passiert, Banba? Wer war das? Sag schon! Unter den Männern, Lübo. Unter den Rössern, rote Hase. Chico! Ach du Scheiße, Chico! Ein Kijimuna ist in unser Haus eingedrückt. Klara! Was soll denn das Geschrei? Tsukimi, wie sieht denn dein Gesicht aus? Du siehst aus wie ein chinesischer Sprungvampir. Höhö, das ist Pulver. Dann gehört dieser Fummel zum Kostüm, oder wie? Blutsaugen! Oh! Blutsaugen! Sie kommt! Blutsaugen! Komm, meine Halsschreie, aber bloß nicht zu, oder? Blutsaugen! Hörst du mir zu? Blutsaugen! Vielleicht tumpfst du nicht nur zu... Blutsaugen! Wachen! Aua! Blutsaugen! 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 Ja, ja, du trammelst doch an den Haaren herunter! Blutsaugen! Schwein gehabt! Die Brille... Irgendwo muss noch ein alte sein. Na also, da ist sie ja. Mal sehen. Ein... Ein Zombie. Ah, Tsukimi hat ihre Brille und ihre ganzen Klamotten hier liegen lassen. Hä? Kuranosuke, also, ich hätte da eine Frage. Ähm, wegen vorhin, da... Ähm, naja... Was sagst du zur Erhöhung der Umsatzsteuer? Blödsinn! Ja, nee, dann nicht. Kuranosuke! Was ist denn? Woher kennst du denn das Mädchen? Ich meine, diese Frau. Ist sie eine Schulfreundin oder sowas in der Art? Sie gefällt dir! Na da, sieh mal einer an! Sie ist genau dein Typ, nicht wahr? Nein, Quatsch! Du hast vielleicht eine Fantasie... Ich mach das klar! Im Gegenzug verrätst du mir Mutters Adresse. Äh, äh... Du hast sie doch, oder, Bruder? Verrat sie mir! Ich... Möchte sie sehen! Fängst du schon wieder damit an? Ich hab dir doch gesagt, dass ich sie nicht habe. Ach ja, richtig! Sie ist doch Jungfrau! Sie ist wirklich etwas ganz Besonderes! Sie hat ein aufrichtiges und wirklich absolut unschuldiges Wesen! Um nicht zu sagen, realitätsfern... Sie liebt die Kunst! Eigentlich kritzelt sie nur Quallen! Sie weiß, wie man sich als Dame benimmt! Gut, sie ist eine prüde Arbeitslose, aber... Unterm Strich! Die perfekte Braut für einen Politiker! Die perfekte Braut! Sie wohnt übrigens ganz in der Nähe! Du kennst doch dieses Haus, das aussieht wie aus den Zwanzigern! Ach, du meinst Amamisukan im dritten Bezirk? Du weißt ja sogar, wie das Ding heißt! Naja, für einen Politiker wohl normal! Nein, das ist wegen den aktuellen Sanierungsprägen... Hier, das hat sie vergessen! Ihre Brille und ihre Klamotten! Und du, Bruderherz, bringst das hier gleich vorbei! Solange das Make-Up noch drauf ist! Ihr Name ist Tsukimi, wie Mond und Meer! Tsukimi... Tsukimi... Da werden wir! Ah, sie sind doch Kurunoskis älterer Bruder! Das hier haben sie vergessen! Was? Sie sind extra hergekommen, um mir das zurückzubringen? Bitte kommen sie doch herein! Ich mache uns Tee! Ich hatte schon gehofft, dass wir einmal die Gelegenheit hätten, uns so zu unterhalten! Tsukimi... Das ist doch sein Bruder! Oh! 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 Da ist das? Oh! Also vielen lieben Dank noch mal. Mädels, ich hab uns einen leckeren Doku-Dami-Tee gemacht. Uh, Doku-Dami, Doku-Dami, der macht mir Tee-Tee-Munter. Und dazu gibt's noch eine Kleinigkeit, die im Restaurantführer auf Platz 1 steht. Schöne Grüntee-Rouladen. Uh, Rouladen, Rouladen, Grüntee-Rouladen. Leckerchen, Leckerchen, Leckerchen. Ja, Grün-Tee-Rouladen. Bin ich denn hier gelandet? Sag mal, war da nicht eben ein verdächtiger Kerl in einem Anzug? War bestimmt nur ein Staubsauger-Vertreter. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Wir sollten den Shoppen schnellstmöglich abreißen. Die Sanierung ist überfällig. Wenn der jüngere Bruder eine schimmernde Blumenhut-Qualle ist, dann ist der intellektuelle ältere Bruder auf alle Fälle die coolste Qualle von allen. Die Malayan-Qualle. Wie, wie Zwillinge. Moment mal. Als Menschen sind sich die beiden Brüder aber kein bisschen ähnlich, oder, Clara? Da bist du ja. Und, wie war's? War Tsukimi zu Hause? Ach, hör mir auf. Da waren nur ein paar völlig bekloppte Knalltüten. Hä? War da so ein Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und einer Brille? Ja. Die hatte den größten Hauweg. Verdammt. Er war zu spät. Ach, wegen vorhin. Wenn du Lina noch mal sehen könntest, was würdest du denn dann machen? Ach, eigentlich gar nichts Besonderes. Keine Sorge. Ich... Ich möchte einfach nur... Ich würde einfach nur noch mal gerne einen Blick in Mamas Kleiderschrank werfen. Mama. Es heißt doch ein Mädchen, das sich verliebt will von alleine, wunderschön. Aber das würde ja bedeuten, dass es für immer hässlich bleibt, wenn es nie jemanden liebt. Was ist denn dann mit den Mädchen der Schwesternschaft hier? Nicht eine von ihnen ist in einen Mann verliebt, den es wirklich geben würde. Als er mir in die Augen gesehen hat... Könnte ich mich da etwa... Ah! Oh, du blöde Kuh. Ich hab's gewusst. Du hast keinen Make-Up-Entferner benutzt. Mama. Warum müssen Mädchen eigentlich hübsch sein? Ich will nicht hübsch sein. Das kommt mir gar nicht in die Tüte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020